Aber ich habe Respekt von älteren Menschen, von meinen Landsleuten. Cousin, du weißt doch, Bruder, wenn Ältere kommen, Bruder, und sagen so und so, du kannst nichts machen, du kannst nichts sagen. Cousin, guck mal, ich bin da hingegangen mit einem Merdalli, wir haben uns vertragen und in dem Video, Bruder, war ein Stuhl am Wackeln. Ich habe mit Fatih geredet, ein Stuhl war am Wackeln und der Fatih hat mich so angeguckt. Der Fatih ist ein super Junge, wir haben gelacht. Der sagt zu mir, ich feiere deine Videos, Schuhe auf Kopf und dies und das. Bruder, ich bin alleine hingegangen, ich schuhe auf Koran, okay, in deren Stadt, ich habe keine Angst. Ein Mensch, der Angst hat, der ruft Familie an, der rechnet mit alles, der geht nicht ohne Waffen, ohne nichts. Ich bin empfangen worden wie ein Bruder, weil die mich mögen. Diese Leute lieben mich und ich liebe die auch, tamam. Dann kommt mir Barello an und macht sich über mich lustig, okay, tamam, das war Spaß. Ich habe nichts gesagt, Bruder, aber du kannst dich doch nicht über mich lustig machen, wenn du auf den Boden krabbelst. Araf hat dich zu einem Affe gemacht im Live, okay, erstens. Dann haben wir noch den einen mit den langen Haaren, der hat dich Socken essen lassen und du hast gebellt wie ein Hund, okay. So, du hast vorgetäuscht, dass deine Mutter Krebs hat. Jan, warum redest du über mich? Warum redest du über mich? Du redest über mich, machst dich lustig über mich für ein Entschuldigungsvideo? Wallah, das kannst du nicht. Du und Hunderte will ich mich, okay. Bruder, Zello ist mein Bruder, schreib sowas nicht doppelt. Zello ist korrekt, Wallah.